Es gab in der Geschichte aber auch total nette Despoten, wie zum Beispiel König Arthus. Sie wissen schon, der mit diesem Excalibur-Schwert und der Tafelrunde. Noch heute faszinieren uns ihre wilden Abenteuer und Heldensagen. Gut, mich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht ja Sie. Ritter der Tafelrunde. Soeben habe ich erfahren, dass unser Bruder, Sir Lancelot, gestern, nicht weit von hier, gesehen wurde. Lasst uns unsere Kelche heben, auf das er gesund und un... Lancelot! Brüder! Ich bin so froh, euch alle unbeschadet wiederzusehen. Erzählt, Lancelot, was ist euch widerfahren? Ich war auf dem Weg nach Canterbury, um den Earl von Gloucester gegen die Belagerung durch die Germanen zu verteidigen, als mich der Hilferuf einer alten Edelfrau ereilte. Ein Biest aus dem tiefsten Schlund der Hölle, mit Klauen und Zähnen, groß wie Unterarme, hatte sich auf ihrem Hof verschanzt. Was genau das Unt hier im Schilde führte, vermochte keiner zu erahnen. Erzählt weiter, mein Freund! Ich ritt zu dem Hof und schließlich entdeckte ich das Untier. Versteckt hoch oben im dunklen Geäst einer gewaltigen, verwunschenen Kiefer. Wind tobte und Regen prasselte, doch ich kletterte hinauf. Immer höher, bis hoch in den Wipfel, ganz nach oben. Drei Tage und Nächte kämpfte ich mit dem Biest und wäre beinahe selbst zur Hölle gefahren. Doch dann hatte ich seinen Willen gebrochen und nahm es mit hinab. Oh mein Gott, was für ein Abenteuer, Lancelot. Brüder, lasst uns auf eine neue Heldentat eines Mitglieds der Tafelrunde trinken. Ihr habt nur die Katze der alten Miss Peacock vom Baum geholt, oder? Oh, verdammt, Galahad. Warum müsst ihr immer alles kaputt machen? Entschuldigt. Ja, das ist überhaupt nicht gut.